Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Walking Dead Season 2 In a Harm's Way Gehen Oder fangen gleich mal an So steht hier Oh mein Gott Das sieht so Ich bin gar nicht Ich hab schon wieder voll Schiss Dass da wer weiß was passiert Ohne Witz Was bisher geschah Narschloch Think about it You're Carver What do you do? What's the most important thing in this world? Clem, it's family People like Matthew aren't coming back Rebecca Die schönsten Szenen wieder Nope, nope, nope Ich bin dagegen Ah, verflucht Um Eh, what the You about done over there? Yeah, one second Thanks for coming with me It's scary out here I know they made you It's still nice that you came We're safer if we stick together It's gonna be dark soon Yeah, I know But it's cool you came I thought they were gonna tell my dad to go with me Thanks You're welcome Oh my God Ich hab pinkeln müssen Und ich musste mitgehen Soll alright sein Und wieder das Kischee erfüllt Probably 30 minutes out Make sure everyone's prepped Emotions might be running high Carver out If I find out you've been wasting fuel to keep that fucking heater going I'll make you walk back Nope Frozen my ass off Just like you told me to It ain't polite to listen to other folks' conversations Has anyone ever taught you that? Where's your manners? I used to have a walkie-talkie like that Oh really? What happened to it? Because you can't have this one I used it to talk to my parents Is that why you're looking at this one? Do you want to call mommy and daddy? I don't need it anymore My parents are dead I don't need it anymore Everybody's parents are dead And that don't make you special My dad's alive And we're all grateful for that Get the girls in back with the rest of them Ah, der Typ ist so unsympathisch Dieser Pisskopf Hey Carver, weißt du, was mit dem Governor passiert ist, als er sich wie ein Arschloch benommen hat? Und wenn nicht, solltest du dir mal The Walking Dead anschauen, Arschgesicht Ich meine, damit die Serie ja nicht das Spiel Oh Gott, Kenny, komm herunter The Walking Dead In a harm's way Episode 3 Was hast du mit Luke gemacht, Kenny? Ich hab irgendwie so ein komisches Gefühl Ich kann mir nicht vor... Also ich hoffe ja nicht, dass Luke uns verraten hat So, 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 das fand ich echt scheiße Ui, der Doktor ist ganz schön verprügelt worden What the hell? Oh, so, 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 so What the hell? Like what? What do you mean like what? Something sharp, anything that can help But fucking, I don't know, anything We're in a fucking precarious position here We gotta do something about that Ah They took everything We have to keep a level head He's right You don't know Bill like we do Bill? This whole time it's Carver, Carver, Carver Now he's fucking Bill Oh, I see what it is You make Kevin Oh, you make Kevin Oh, you're just getting to ride home, aren't you? That's what's going on here Keppi teppi! Keppi teppi teppi! Nope, nope. Könnt ihr mal aufhören, euch gegenseitig anzukacken? Keppi, keppi, keppi Luke wird aufhören Komm mal runter mit dem... Süß Okay, lasst du das. Sie haben gunn. Was habt ihr genau zu tun? Ich werde die erste, die ich gesehen habe. Ich werde die erste, die ich gesehen habe. Dann werde ich die, und benutze ihn für die nächste, die ich gesehen habe. Just sit, Doc. Shut up, Doc. Das ist nicht die Anruhe. Hey, wenn etwas passiert, einfach zu helfen, okay? Jangan, you know, zuhren oder nichts. Aber eine Hilfe wird gut. Hey, Clem. Look at mir. Du glaubst mir, nicht? Das stimmt. Was? Kenny, are you okay? Is he okay? I think so. Oh, what hit me? Did you? Jody Kong. Die blöde Tussi, die wir gespielt haben in 400 Days. What the fuck? Haben wir die ganzen Leute von 400 Days nur dazu gebracht, in den Camp zu gehen, damit sie beim Psycho landen? Oh, fuck. Aber ich weiß, ein paar von denen müssten noch einigermaßen normal sein, außer Boden. Shit. Sind wir ja normal? Ja. Natürlich. Herz, Maus, und sich die schlagen. Look how much food they have. Oh, I hope you ain't saying what I think you're saying. As many of you already know, a large herd of lurkers gathers just south of us. Come on, we need you for something. Can I wait until morning? We're all exhausted. Just come the fuck on. I need him. I need my dad. I can't. He's... He looks after me. They have been taken into consideration. However, this is not up for debate. Der wird schon nicht gleich umgenockt werden. He'll be back. When? I don't know, but he will come back. Thanks, Clem. Man, wo soll ich das wissen? Soll ich wissen, wann der zurückkommt. Ich hoffe, dass er zurückkommt. Halt doch mal die Fresse, Carver, schrägstrich Bill, schrägstrich, wie auch immer dein nötiger Name ist. Genau. Danke, Bonnie. Ich dachte, dass wir dir was zu essen gegeben haben. Ich will kurz kreisen, um in all this darkness. So that is what we'll do. Äh, wir hoffen jetzt hier draußen im Freien. Aber das ist für dich. Ach, sie ist nicht eh toll. Nein, operiert. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Was mit dir gemacht hat? Ich bin sehr schwer. Ich bin so lebst. Es ist meine Schuld. Nein, es ist echt nicht. Ich würde sagen, ob es ist. Oh, man. Er hat überlebt, als die wir in den Appen abgeschnitten haben und Lee ist gestorben! Na klar, das war auch zu lange bei Lee. Da bin ich mir nicht so sicher. Hey, Reggie! Oh! Hey, Troy! Don't go fucking up now! Bill's real close to letting you out of here! You make sure things stay nice and quiet out here tonight, and I'll be sure to let Bill know just how helpful you were! Yeah, you can count on me! Thanks, Troy! Don't mention it! Jetzt hat er alles voll durchgedreht! Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! It's okay! Freaks me out too sometimes! My name's Clementine! It's very nice to meet you, Clementine! Hey, where's Carlos? Bill's already gotten looking at some folks! Oh, okay. Good. What about Pete? Ich hätte ihm vielleicht doch das Bein abschneiden sollen. Aber da war auch schon wieder so viel Zeit ver... Der sieht fast aus wie Lee. Wer ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kein Problem. Sorry about that. Der sah aus wie Lee! So ein bisschen. Er ist ein bisschen wie ein dick, wenn er lebt ist. Aber, wie ich gesagt habe, er hat mein Leben saved, also... Ich bin mit dem Schein. Ist der irgendwie mit einem Typ namens Everett verwandt? Hm? Ich bin so sorry. Stop mit all das sorry. Es war meine Wahl. Er hat gesagt, als ihr alle getrunken, hat er mich wieder in der Gruppe. So... Ich bin glücklich, dass ihr hier seid. Ich bin bloß. Ich weiß. Ich weiß. Ich meine, er sagte das. Aber... Ich bin nicht glücklich damit. Warum ist sie bei sich selbst? Hm? Wer? Er. Over da. Oh, ja. Right. Okay. So, sie ist fucking wierd. Sie finden sie nachher aus dem Campen, covered in guts, und einfach... die grossest shit. Wahrscheinlich ist es besser nicht zu stare. Ich weiß, wie es muss sein, aber es ist wirklich nicht so schlecht hier. Reggie... Nein, ich bin ehrlich. Ja, man ist nur eingesperrt, und hat keine Freiwahlen. Und hey... Da kannst du natürlich die Scheiße immer schön reden. Aber das ist nur temporary. Sie haben sogar die Solar Panels gearbeitet. Wenn war die letzte Zeit, du hast die Elektrizität? Wir kamen nur aus einer Lodge mit einer Wind Turbine. Es ist nicht eine Worte. Ich sage, es ist nicht so schlecht wie du denkst. Wir bauen hier etwas großartiges, eine reale Gemeinschaft. Bill ist es machen. Ja, ja. Ich habe Fehler gemacht, und er hat mich vergeben. Das macht nichts für was er getan, Reggie. Es fühlt sich eher wie eine prison. Ich kann dich ja mal in deine Nüsse treten. Das ist eine negative Attitude, Arschloch. Ja, ja. Und was ist, wenn man einfach gehen will, dann darf man nicht. Also ist man eingesperrt, und das ist scheiße. Ich versuche nicht, dass sie mich verletzt haben. Ich versuche nicht, dass sie mich verletzt haben. Dann, wenn ich rauskomme, ich kann dir mehr helfen. Vielleicht sogar, ich werde dich rauskennen. Wir werden dich nicht verletzten. Wir werden dich nicht verletzten. Ich versuche mich, dass ich alles in linee. Wenn Carver so ein guter Typ ist, ich bin sicher, dass du nichts zu überraschieren. Wir können zumindest sprechen mehr in der Morgen. Wir können nur noch ein ruhiger Nacht und sprechen wieder morgen. Ich kann nicht glauben, was ich zu hören. Vielleicht will man aber einfach nicht bei ihm bleiben und einfach gehen. Ja, das ist aber trotzdem die freie Entscheidung, ob man da bleiben will oder nicht. Ja, komm. Sarah, kannst du sehen, ob es etwas für sie zu trinken ist? Okay. Ja. Was hast du denn für eine Ausrede, oder? Ja. 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 Ich bin schade. Ja. Ja. Ah, da ist noch Feuerwehrleiter. Man könnte mich da draufschmeißen. Ich könnte da hochklettern. Autsch. Ja. Aber das könnte was sein. Ich bin immerhin klein. Also, Clementine ist klein. Ich bin auch klein, aber das tut nichts zur Sache. Ich könnte da rein theoretisch hochklettern. Das habe ich schon ange... Oh. Upsi, ich wollte da nicht dran Grabschi machen. Entschuldigung. Bevor hier irgendjemand schreit. Gucken. 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 Mein Ding. Denn so, ja, das ist hier sicher und ne, ne, ne. Das mag ja alles sein, aber der Punkt ist der, wenn du nicht die freie Wahl hast, einfach zu gehen. Ich muss alles anfassen. Das ist moderne Erziehung. Lass mich in Ruhe. Was ist das? Paletten? Erde. Erzsäcke oder so. Wir sind in einem Baumarkt, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Oder, ne, ja, nicht unbedingt Baumarkt, aber es ist so ein Dingens... Mall-mäßiges Teil oder so. Heißt für mich nicht draufklettern. Ähm, hey du! Ach, du bist das. Hey Clam. Nick? Just thinking about Luke. Just... There's no way he's gone. That he left. How about it? Because me, I've known him for damn near 20 years now and I can't buy it. Of course I can't say the thought never crossed my mind. Things change. Whole damn world change. I think you're right. He'd never leave you guys behind. Us guys, you mean? Yeah, us guys. Hm. Guess I'll try and get some sleep. You should too. They're gonna ride our asses tomorrow for sure. Okay. Ich glaube auch nicht, dass Luke einfach gegangen ist. Ich vermute mal, so ein bisschen, dass ihm vielleicht Kenny ein paar, in die Fresse gehauen hat. Und, ähm, ja, vielleicht dann deswegen hau gegangen ist. I guess it's better than the ground. It's not. Oder irgend sowas. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Luke freiwillig gegangen ist. Oder weggeblieben ist. Hey, Drolla. Die war auf jeden Fall irgendwie in Zombies-Splatter eingesplattert. Ist ja eine gute Möglichkeit, um Zombies zu entkommen. Also, sollten wir das mal in so einem Gedächtnis behalten. Was? Ach so, 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 so. Der Typ hat ein bisschen ausgesehen wie Lee. Hey. Du. Aber. Du bist ein Arschloch. I just need it. Ah, wie unhöflich. Ne, 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 ne. Just get out of here. Okay, okay, okay. Ich will ja nicht mal mit dir, du Idiot. Was einmal hier Schönes? Wo der, latscht die denn hin? Ach so, einmal hier rum. Einmal Hände wärmen. Äh, ja. Reden wir mal erstmal mit jemandem, der... I didn't treat him very well these last few weeks. Things got so complicated, so fast. It became all about getting through each day. I'm trying real hard to remember the last time. I told him that I loved him. I've been wrecking my brain. But I just can't remember. I'm sure he knows. In his heart, I'm sure he knows. I hope that's true. Alright, get going. I'll be fine. I appreciate you checking up on me. Was zum... Ich wollte nur mit den anderen auch reden. Dad! Alright, go the fuck to sleep. I'm shooting the first one of y'all I see wandering around before sunup. Troy, where's Alvin? Everybody get to bed. Was ein Arschloch. Some of these folks ain't too keen on leaving. It's up to us to figure out a way out of here. You up for it? It's your decision. I'm ready. Of course I am. Good. Good. Man sollte zumindest die Wahl haben, bleiben zu können oder zu gehen. Und nicht so eine Scheiße. Von wegen, ja, du bist jetzt Teil dieser großen Community, du musst da bleiben, ob du willst oder nicht. Das ist doch kacke. Also das ist doch mehr eingesperrt sein. Hey, du blöder Penner. Was geht denn mit dir? Der kann sich das ruhig merken, der Penner. Nächstes Mal, wenn er mich kickt, tritt ich ihm in seine Nüsse. Unhöflicher Typ. Was Bill uns so zu sagen hat oder nicht, seht mir dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.